Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich fange einfach mal an, ihr werdet das am Ende meines Beitrags dann selbst beurteilen. Ich kann nur vorneweg schon mal sagen, mit der guten Laune, die Tess hier gerade bereitet hat, werde ich leider nicht mithalten können. Denn, wie sagte das Lisa Eingang, Humor soll den Profis überlassen werden. Ich würde sagen, ich bin keine Humor-Profi, deswegen seht mir das nach. Ich habe mir aber Mühe gegeben, wie hieß das immer in den Zeugnissen, sie bemühte sich stets. Also, ihr werdet das dann, liebe Genossinnen und Genossen, beurteilen. Ich muss noch einmal kurz gucken, dass ich das Mikro hier so ein bisschen... Aber ihr hört mich gut, oder? Ja, das ist... Nee, das war vorher eigentlich besser. Okay, prima. Im Bundestag, aus dem ich gerade komme, kennt man kein Fasching mehr seit Bonn. Drum seht's mir nach, säuft sich leise. Reimen beim Reden, das wird scheiße. Doch, vielen Dank. Doch Narren-Clowns, die gibt's wie Sand am Meer, ob in Regierung, Parlament oder im Heer. Grüne Jugend, Jusos, all die Hosenscheißer, blind folgend Generalhofreiter. Aufrüstung, Waffen, ja, das braucht es bald, ist durch den Flur des Reichstags schallt. Waren es die Grünen, Sozen, Jein, Ja und Nein, denn letztlich kann's nur eine sein. Es reimt sich nicht, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Warum tut sie das, fragen wir uns heut. Na, weil es die Geldgeber freut. Die Waffenlobby lässt es sich was kosten. Was denn? Na klar, Aufsichtsratsposten. Ob Rheinmetall, ob Thyssenkrupp, Geld mit dem Tod, ein großer Club. Von Merz bis Scholz läuft man Gleichschritt. Nur die Linke spielt da niemals mit. Wir bleiben stehen, friedlich, stark, was auch immer kommen mag. Doch eines noch, zu guter Letzt, ich kann nicht reimen. Drum lass ich's jetzt. Liebe Genossinnen und Genossen, danke für den freundlichen Applaus. Ich weiß, meine Reimkünste lassen zu wünschen übrig, aber ich glaube, dafür bin ich auch gar nicht so sehr eingeladen worden heute. Ich komme aus Berlin, Fasching oder Karneval, wie es dann woanders in der Bundesrepublik heißt, hatte bislang tatsächlich überhaupt keine große Tradition in meinem Leben. Und deshalb, ja, ich möchte mich ein wenig für meinen Einstieg entschuldigen, aber ich hatte auch Hilfe von wirklich tollen Genossen, die ein bisschen besser reimen können. Und deswegen geht der Dank da auch nochmal an die. Also, ich halte zum ersten Mal eine Rede zum politischen Aschermittwoch. Ich habe es eingangs gesagt, sie wird ein wenig in der Form, im Inhalt anders aussehen, als die künstlerische Darbieterin Tess gerade gemacht hat. Und ich hatte anfangs auch Sorge, in Fettnäpfchen zu treten dabei. Und wir haben ja vielleicht auch alle mitbekommen, was in Aachen passiert ist. Außenministerin Baerbock hat in Aachen den Orden wieder den tierischen Ernst angetragen bekommen. Und unsere Außenministerin, die ist ja dort weitaus mehr, wirklich weitaus mehr als in Fettnäpfchen getreten und darüber hinaus geschossen. Sie war sich tatsächlich nicht zu blöd, bei der Karnevalsveranstaltung in Aachen einen Witz über Leopardpanzer zu bringen. Und keine Sorge, liebe Genossinnen und Genossen, das wird mir nicht passieren, denn ich und wir alle hier wissen, dass Panzer Tötungswerkzeuge sind. Aber das ist ja scheinbar Wissen, dass den Grünen auf ihrem Weg in den Militarismus verloren gegangen ist. Und da haben sich ernsthaft Abgeordnete der Grünen in Leopardkostümen fotografiert. Ich frage da nur, wann kommt Ricarda Lang als Phosphorbombe verkleidet ins Plenum? In welcher Welt leben wir eigentlich? Der diesjährige Karnevalsbeginn, wie es dort in Aachen heißt, Karneval, durch die Politikerinnen der Regierungsparteien, war einmal mehr ein Akt der Anbiederung an die Macht. Damit werden auch die verschütteten Wurzeln des Karnevals, des Faschings missachtet. Die neue Ritterin des Aachener Ordens oder die moderne Ritterin im besten Sinne, wie sie dort in Aachen genannt wurde, sagte mit ironischem Ton, Ich habe lange überlegt, was meine Verkleidung angeht und die Verkleidung als Leopard, die schied aus. Sie habe Sorge gehabt, dass das Kanzleramt keine Reisegenehmigung erteile. Der WDR sagt, der Orden wieder den tierischen Ernst wird an bekannte nationale und internationale Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die, passt auf, die Individualität, Beliebtheit und Mutterwitz in sich vereinen, vor allem aber Humor, Menschlichkeit im Amt bewiesen haben. Also eine Mitverantwortliche für die Verlängerung des Krieges in der Ukraine und für die immer tiefer greifende Verwicklung Deutschlands in den Krieg, ich erinnere an, wir sind im Krieg gegen Russland, reißt nun Büttenwitze über das Zaudern des Kanzlers und über Tötungswerkzeug. Ich muss ganz klar sagen, was wir beim Karneval in Aachen erleben konnten, war ein opportunistisches Geben und Nehmen der Regierenden von närrischen Untertanen, die keine Distanz zur Regierung mehr erkennen ließen. Und diese Karnevalssitzung, die erinnerte an ein zynisches Fest der Herrschenden. Und das passt doch wunderbar in ein Gebaren einer Ministerin, der es egal ist, was ihre Wählerinnen und Wähler denken. Und ihr Parteikollege Hofreiter, der natürlich hätte Landwirtschaftsminister werden wollen und nicht sein fachfremder Kollege Özdemir, Hofreiter, einst als Hippie bekannt, der so wirkt, als ob er sich gleich noch eine Blume ins Haar steckt, strotzt ebenso vor Kriegsbesessenheit. Bei Anton, dem ehemaligen Kriegsdienstverweigerer und heutigem Kriegswaffensachverständigen, würde ich mal sagen, weil wenn er spricht, dann klingt es doch, als ob die oberste Heeresleitung verkündet, wird einem Angst und Bange. Was ist denn daraus geworden, dass Deutschland keine Waffen in Krisengebiete zu exportieren hat und Lieferungen deutscher Rüstungskonzerne dorthin einzudämmen und vollständig zu unterbinden sind? Glauben die grünen Ministerinnen, Abgeordneten und ihre Parteifreunde denn allen Ernstes, dass der Krieg in der Ukraine mit Waffenlieferungen aus ganz Europa zu gewinnen ist? Und glauben Sie ernsthaft, dass Sie damit die Idee einer wirklich europäischen Friedenslösung, die ohne eine friedliche Nachbarschaft und Koexistenz mit der russischen Föderation niemals möglich sein wird, fördern oder voranbringen? Zumindest wollen Sie uns Glauben machen, dass wir mit Waffenlieferungen und Sanktionen auf der moralisch richtigen Seite stünden und alle, die das nicht so sehen, Teil einer fünften Kolonne seien. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist infam. Ich bin kein Teil einer fünften Kolonne. Und Krieg darf niemals Mittel der Politik sein. Und wir verurteilen diesen Krieg entschiedens. Mit dem Befehl zum Einmarsch hat die russische Führung Völkerrecht gebrochen und sich schuldig gemacht. Das muss man ohne jede Einschränkung verurteilen. Aber gegen die Waffenlieferungen und Sanktionen zu sein, heißt doch nicht für Putin und gegen die Ukrainerinnen und Ukrainer sein. Die Bundesregierung hat nach eigenen Worten präzedenzlose Sanktionen verhängt, mit dem Ziel, Russland zur Beendigung seines Angriffskriegs zu bewegen. Soweit die öffentliche Debatte. Die Realität jetzt aber im Februar 2023, die sieht doch so aus. Russland wurde durch die Sanktionen nicht zur Beendigung des brutalen Krieges bewegt. Und geradezu heuchlerisch sind die Darlegungen der Bundesregierung hinsichtlich der Frage nach den Auswirkungen dieser Sanktionen. Sie fabuliert von Ausnahmen im Bereich lebensnotwendige Medikamente, Nahrungsmittel. Aber dass diese Ausnahmen de facto wirkungslos sind, das verschweigt sie. Dass vor allem die Bevölkerung getroffen und die Mächtigen und die Kriegstreiber weitestgehend verschont bleiben, auch das verschweigt sie. Vor allem die Auswirkungen auf die Länder des Südens sind brutal. Und lassen an die Aussage, ich würde sie mal nennen, die Ikone der Liberalen, Madeleine Albright erinnern, 500.000 tote irakische Kinder waren es wert. Sie waren es ihr wert. Und deswegen nochmals zurück zum Leitsatz des Aachener Karnevals. Der Orden wird in Personen vergeben, die Menschlichkeit im Amt bewiesen haben. Menschlichkeit im Amt bewiesen. Von wegen. Noch nicht einmal jetzt, nach dem fatalen Erdbeben in der Türkei und in Syrien, setzt sich diese menschliche Außenministerin für die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien ein. Und sie verhindert damit effektive Hilfe für die Menschen vor Ort. Die sogenannten erleichterten Visa stand Anfang dieser Woche. Ganze 20 Menschen haben bisher diese Visa erhalten. Es tut mir leid, aber mir fehlt es an Humor an diesem Punkt. Und wir alle wissen, dieser Krieg führt in weitere Krisen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges machen sich auch hier bei uns in Deutschland bemerkbar. Und die schlimmen Auswirkungen hierzulande knallen mit steigenden Kosten im Supermarkt und Energiepreisen überall bei den niedrigen Einkommensgruppen und im Mittelstand rein. Und ich finde, und so wie ich es wahrnehme und die Zahlen lese, im Osten und bei den Frauen auch nochmal ganz besonders. Weil was haben wir denn? Wir haben auch eine soziale Krise. Und wie bei allen sozialen Krisen ist es auch diesmal wieder so, dass Frauen außerordentlich getroffen werden. Sie sind in beschisseneren Jobs, die anfälliger sind für konjunkturelle Schwankungen. Und sie mussten schon die letzten Jahre wegen der Corona-Politik alles zu Hause ausgleichen. Und wurden um Jahrzehnte zurückkatapultiert. Und da müssen wir doch auch klar sagen als Die Linke, unser Verständnis von Feminismus, das unterscheidet sich doch grundsätzlich von einem militaristischen Managerin-Feminismus, einer Anna-Lena Baerbock. Da gibt es dann doch auch keine gemeinsame Sache an dem Punkt zu machen, wenn es einer Bundesministerin überhaupt nicht darum geht, die Krankenschwestern, die Kassiererinnen oder die Erzieherinnen zu entlassen und endlich fair zu bezahlen. Und im Osten, ich meine, das brauche ich euch überhaupt nicht erzählen, aber da kommt noch hinzu, dass die Produktion in besonderem Maße betroffen ist. Ich habe noch mit einem Genossen darüber gesprochen, über das BGH Edelstahlwerk. Also ich meine, das ist euch ja bestimmt weitaus mehr ein Begriff, als es mir vor dem Gespräch war, im Freital auch massiv betroffen. Und am Standort konnte letztes Jahr anscheinend über Wochen nicht produziert werden. Das Stahlwerk hatte die Order bekommen, Produktionsstopp, damit die Bevölkerung nicht erfriert. Diese Auswirkungen der Energiekrise kommen noch obendrauf, auf die der Corona-Krise und sind sogar noch tiefgreifender. Und parallel zu dem militärischen und wirtschaftlichen Krieg wird auch im kulturellen Bereich Krieg geführt. Kulturprojekte werden gecancelt, Städtepartnerschaften beendet, Künstlerinnen werden zu Bekenntnissen genötigt, anderfalls mit Auftrittsverboten versehen. Aber es ist doch gerade wichtig, wenn man diesen Angriffskrieg ablehnt und möglichst schnell beendet sehen will und in Russland eine Wende zu mehr Demokratie sehen will, dass man diesen kulturellen Austausch doch nicht einfach abreißen lassen darf. Und noch einmal zurück zum Bundeskabinett. Da gibt es dann noch diesen Kinderbuchautoren und nichts gegen Kinderbuchautoren, weil ich finde, das ist wirklich ein großartiger Beruf. Aber der ist jetzt Bundeswirtschaftsminister, Robert Habeck. Ich will gar nicht so viele Worte über ihn verlieren, aber was Robert Habeck auch für mich ist, der ist das Sinnbild eines arroganten Besserwissers aus dem Westen und dass es dann bei seinem Umgang mit den berechtigten Protesten in Schwedt, hätte es ja sogar mir als Westberlinerin aufgefallen, ja? Jetzt ist Karnevalszeit, Faschingszeit, es ist die Zeit der Narren und da kann ich einen Bundesminister erst recht nicht aussparen, der für den die Narrenzeit nie aufhört, Karl Lauterbach, der schon als Abgeordneter der Regierung zugearbeitet hat und als Minister ja einmal mehr unter Beweis stellt, was er für eine autoritäre und unbarmherzige Politik verfolgt. Und es war doch auch sein hysterischer Stil, der alle Kritik einfach abgebügelt hat und der selbst, und mit dieser Meinung stehe ich auch nicht alleine, einen ordentlichen Teil zu der Entstehung der Querdenker beigetragen hat. Und es hat viele Menschen vom Staat entfremdet und es hat viele Probleme für euch hier, für uns in Berlin gebracht und es heißt mitnichten, dass ich die Querdenkerei gut heiße, dass man das überhaupt immer noch dazu sagen muss, aber es war eben auch die Bundesregierung und ganz vorne Lauterbach, der uns und euch hier vor eine de facto unlösbare Aufgabe gestellt hat, die Meinungspluralität verengt hat und massiv die Demokratie beschädigt hat. Und von Lauterbachs fallpauschalen Gesundheitspolitik brauche ich jetzt hier überhaupt nicht anfangen zu sprechen. Genau, der es eingeführt hat, wie vorhin gesagt wird. Und der Kanzler, ja, zu diesem Zeitenwendler gäbe es viel zu sagen, dass er bei den Panzerlieferungen gebremst hat, könnte ich jetzt vielleicht noch lobend erwähnen, aber eigentlich will mir selbst das nicht richtig über die Lippen. Letztlich ist er eingeknickt. Und auch die ganzen Strukturfragen und die wirtschaftlichen Sorgen und Nöte scheinen ihn nicht wirklich zu interessieren. Wir befinden uns ja noch im Monat Februar. Im Februar 1848, wer weiß es, vor 175 Jahren. Was wurde da veröffentlicht? Danke sehr. Das Kommunistische Manifest. Damals hieß es, ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Wir wissen ja alle, die wir hier im Raum sind, dass in diesem Februar ein anderes Manifest erschienen ist. Das Gespenst, das das neue Manifest beschreibt, ist das einer womöglich, womöglich aufkeimenden neuen Friedensbewegung. Von Friedrich Merz über Katrin Gehring-Eckardt, sogenannte Faktenchecker in vielen Redaktionen und Professoren an der Bundeswehr-Universität. Sie starteten in unheiliger Allianz eine Hetzjagd auf jeden und jedem, die es wagt, an der Kriegslogik auch nur die leiseste Kritik zu üben. Und ja, das Manifest, über das in unserer Partei sehr heftig diskutiert und gestritten wird. Das ist ein bürgerliches Manifest. Und damit ist es mit dem kommunistischen Manifest natürlich auch überhaupt nicht zu vergleichen. Aber wenn in der Bevölkerung, insbesondere hier in Ostdeutschland, der Wunsch nach Frieden wächst und eigentlich schon längst hier die Mehrheit erreicht hat, dann zeigt sich, dass der reaktionäre Charakter des Krieges erkannt wird. Und es ist doch kein Wunder, dass es hier in Ostdeutschland noch eher und früher erkannt wird. Ich bemühe jetzt den Herrn Lenin kurz nochmal, weil schon dieser für eine solche Situation empfohlen hat, diese Stimmung produktiv zu machen und sich an den Bewegungen und Demonstrationen, die auf diesem Boden erwachsen, aufs Leidenschaftlichste zu beteiligen. Aber hier... Aber hier gibt es noch Lernbedarf. Die Leute auch nicht zu betrügen, indem man den Gedanken zulässt, dass ohne eine revolutionäre Bewegung ein dauernder Friede ohne Unterdrückung möglich ist. Und eins gibt es noch zu sagen. Lenin hat es geschrieben, da gab es in Russland keine reaktionäre Bewegung mit dem Ruf nach Frieden, so wie es heute hier die AfD gibt, von der wir uns selbstverständlich entschieden abzugrenzen haben, aber denen wir diese Stimmung gewiss nicht überlassen sollten. Denn wir wissen, dass ihr Ruf nach Frieden vergiftet ist. Aber die aktuellen Belehrungen und Anwürfe sind fehl am Platz. Denn uns ist gewahr, dass die Losung nie wieder Faschismus und nie wieder Krieg ein historischer Auftrag an uns ist. Und ich werde mein Bestmögliches dazu beitragen, das auch am 25. Februar in Berlin zu demonstrieren. Worum geht es denn vor allem bei diesem Krieg? Es geht den westlichen Regierungen eben nicht darum, die ukrainische Bevölkerung vor russischen Angriffen zu schützen. Darum geht es uns als Linke. Aber unsere angeblichen Freunde, unter anderem amerikanische Offizielle, die plaudern doch freigebig aus, worum es eigentlich geht. Es geht darum, die russische Föderation strategisch zu schwächen und die eigene Vormachtstellung weltweit zu behaupten. Es geht also darum, die eigenen imperialen Interessen zu wahren. Und was haben wir dann? Imperiale Interessen, frei nach Lenin, von überkommenden Institutionen auf dem Rücken der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und wir wissen doch, wer zuvorderst in allen Kriegen kämpft und stirbt. Das sind die Arbeiter auf beiden Seiten. Und das sollten wir uns nach wie vor trauen, auszusprechen. Auch wenn uns der Wind entgegenbläst. Früher hat die Partei mutig Themen gesetzt. Prominentestes Beispiel, die Hartz-IV-Proteste. Wir erinnern uns, was wurden wir alles genannt, weil die DVU auf den Protestzug aufzuspringen begann damals. Und es hat auch euch hier betroffen, im Wahlkampf zu der Zeit. Und wir erinnern uns auch, die Hartz-Reform war insbesondere bei den Bürgerlichen ganz populär. Man musste nur den Fernseher anmachen und da lief sie schon, die Hartz-IV-Doku mit selbstgestopften Kippen und dem obligatorischen Kacheltisch, weil man den Ossis ihren Platz zeigen wollte. Das war nämlich damals der Zeitgeist. Und es war doch mutig von der PDS, sich damals unmissverständlich und ohne sich zu entschuldigen, sich diesem Zeitgeist entgegengestellt zu haben. Und das müssen wir wieder lernen. Weil da ist uns was verloren gegangen. Viel zu oft entschuldigen wir uns für unsere vom aktuellen Zeitgeist abweichende Position. Schlägt uns nur genug Gegenwind entgegen, werden die Stimmen in den eigenen Reihen laut, diese oder jene Position doch ein bisschen akzeptabler zu machen. Bestenfalls sollen wir hier und da noch ein mühsoziale Verbesserung mit rein verhandeln, aber grundsätzlichen Widerspruch, den trauen wir uns viel zu oft nicht mehr. Zeitgeist, aber sozial, das reicht nicht. Denn für viele Menschen verschwinden wir dadurch aus der Wahrnehmung. Das ist das, was unserer Partei passiert ist, meines Erachtens. Wir werden nicht mehr als eigenständig wahrgenommen. Ihr hier in Sachsen, ihr habt es doch eins mal vorgemacht. In keinem anderen Landesverband der PDS war der Unterschied beim Wählerzuspruch zwischen Stadt und Land so stark aufgehoben wie hier. Und vielleicht liege ich falsch, dann korrigiert mich gerne. Ich denke, das war, weil ihr den Menschen ein Lebensgefühl vermitteln konntet, von dem sich eben so viele angesprochen gefühlt haben. Aber um ein Lebensgefühl auszustrahlen, da braucht man eben auch ein Gemeinschaftsgefühl, einen Geist der Offenheit für all die, die uns wählen und die, die uns mal gewählt haben und für ihre Nöten und Sorgen. Und da brauchen wir uns auch nicht selbst bescheißen an dem Punkt, wir brauchen auch verdammt viel Mut. Und da bin ich aber doch verdammt nochmal hier richtig. Denn es war doch auch ihr, die Anfang letzten Jahres Proteste gegen die explodierenden Energiepreise durchgesetzt hat. Als man in Berlin noch mit den Zähnen geklappert hat, da wurde gezögert und gezaudert, ob man eine Senkung der Mehrwertsteuer für Sprit und Bahn und Heizung und Energie fordern sollte, oder nicht. Und sie ist jetzt wieder in aller Munde, diese Mehrwertsteuer. Plötzlich auch, weil die FDP mit einer Erhöhung um die Ecke gekommen ist, ist man sich in der Partei, in der Ablehnung weitgehend einig. Und dass das jetzt so ist, das ist auch eure Leistung aus Sachsen wegen der Proteste. Ich will damit sagen, wir sehen doch, dass es auch gehen kann. Und in diesem Sinne möchte ich heute mit euch feiern und morgen mit euch gemeinsam anpacken, damit diese Regierung, die sich Fortschrittskoalition nennt, die die Reichen entlastet und die Armen belastet, nicht einfach so weitermachen kann. Und dafür braucht es uns. Packen wir es gemeinsam an. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Abend. Applaus Vielen Dank.